Lol. Und was hat jetzt... Äh, Dings... Hier. Ja, Jungfrau, Mann, was hat der jetzt damit zu tun? Okay. Das ist schön, wenn die sich vor dir verneigen. Äh, wenn die sich vor dir verneigen. Ups. Scheiße. Tja, da hab ich mal hart genug, ne? Komm, die machen wir noch im Platt hier. Die sehen irgendwie aus wie Blobby-Vordies. Es scheint, dass Plankton jetzt Autos nach seinem Gegner mit den fünf Spitzen wirft. Aber zunächst das Wetter. Der wirft mich an, er ist mit Autos ab. Wie hobbylos ist das denn? Ja, kann ich. Du bist kein Gegner für meine atomare Mächtigkeit. Atomare Mächtigkeit. Atomos Potentia. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Los, kaputt. Lass machen. Sag mal, wollen die mich mit Schildern hauen? Pro Plankton oder was? In der Tat. Ha, ha, ha. Kapiert wird, er mit Autos wirft und so. Na komm, mach die alle kaputt. Ich meine, du bist Seestern, Mann. Der rusht ja doch einfach so durch. Das ist schön, wenn du das machst. Passiert auch noch was? So viel lang muss ich hier jetzt noch ausweichen? Hallö. Ha, geowned. Hey, da ist ein Schild von Snailpo. Möchtest du dein Spiel speichern? Ja, in der Tat. Eigentlich geht das ja immer schnell. Lordin. Boah, super Patrick, geil. Na, 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 Patrick. Boah, der sieht auch geil aus. Dieser Kampf auf den Dächern wird heißer. Der Seestern kämpft mutig weiter, aber Plankton rückt. Ey, der hält sich fest. Vielleicht kann ich eben die Hände runterhauen. Satellitenschüssel, um seinen Laser zu reflektieren. Satellitenschüssel, um seinen Laser zu reflektieren. Okay, die muss ich alle kaputt machen, um den Knopf da aufzumachen, oder was? Sein Knopf und der fällt jetzt so ein Ding raus, oder wie? Jetzt stellst dich immer auf die Finger. Auf die Finger, gut. So, jetzt schießen wir da einen Laser. Perfekt. Geil geowned, Junge. In your face. Los, sieh, der Mann. Wie grimmig der da im Hintergrund einen anglotzt. Hab ich getroffen? Nö, natürlich nicht. Egal, wie Plankton einen anguckt. Alter, das ist auch irgendwie vergruselig, wie einen der Blick von ihm verfolgt. Und mal wieder geowned. Oh, wow, was für ein Grund, ey. Wer sollte doch die Hand runterhauen und so. So. So, weil das vier Satelliten sind, muss das jetzt wohl der vorletzte gewesen sein. In der Tat. So, aber jetzt haben wir die Hand direkt am Anfang runter. Au, Penners. Ja, komm, 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 komm. Nein, ich will da nicht runterfallen. Alter. What the fuck? So. Das war's jetzt, oder? Ist er jetzt endlich tot? Ja, komm. Sauber. No, immer noch nicht. Hör, El Petto. Plan B 2. Geil. Mal wieder laden. Ah, das wird er super, Patrick. Nanananananananananananananananana Patrick. Nanananananana Patrick. Nanananananananananananana. Schön, dass Sie wieder dabei sind, wenn sich die Ereignisse hoch über dem Meeresboden zuspitzen. Ja. Dieser Plankton sieht richtig wütend aus. Und es scheint, als ob etwas nützliches, wenn der Realität erschöpft wird. Das waren die Bikini-Botten-Nachrichten. Zurück ins Studio. Hallo, Plankton. Hallo, Plankton. So, da laufen wir mal eben durch. Drücken das Knöpfchen. Ah, der macht uns hier die Treppe hoch. Oh, das ist so ein Pustding. Pusten. Komm, dreh dich. Perfekt. Das ist das Signal. Los. Ein einzelner Helikopter gegen meine Macht. Das ist einfach nur dumm. Aber ist dumm, aber wirkungsvoll, ne? Sobald ich dich zerquellst habe, wird Bikini-Botter mir gehört. Ja, einfach mal drüber gesprungen, ignorieren. Na los, pust es eng an. Diese kleinen Mini-Plankton sehen ja auch irgendwie extrem geil aus. Was ist los? Wir haben das Signal gesehen. Oh, alles klar. Dieser Typ. Okay. Knopf hier drückt und schnell hier durchrennt. Komm. Perfekt. Jetzt habe ich zwar ein Leben verloren, aber dafür bin ich durchgekommen. Noch mehr, Alter. Du wirst dich verarschen. Irgendwie erinnert mich diese Plankton total an die Minions. Vor allem nicht einfach unverbesserlich. Darf sie nicht schon inzwischen zu einem Teil von? Hm. Haben wir noch gar nicht gesehen. Propeller 1? Komm schon. Propeller 2. Und was macht Plankton da hinten? Den... Oder was? Äh, hier macht Plankton gerade hier Harlem Shake oder was? In Ruhe, ihr Plagegeister! Boah, Alter. Diese Mini-Level, ey. Mini-Level. Dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad heutigen Live-Ausgabe von die besten Dachkämpfe der Welt. So gesehen sie, wenn Plankton groß rauskommt. Und? Gibst du jetzt auf? Komm schon, Seesternmann. Du brauchst die Kraft des Schwamms. Was muss ich hier machen? Die Dinge kaputt? Ah ne. Die hier kaputt. Okay, diese Fenster da mit den Knöpfen drunter kann ich nicht kaputt machen. Moment, der will mich jetzt abschießen. Geil, direkt beide kaputt. Perfekt. Okay. Ha, ich kürze es gerade voll ab, ey. Alter, diese Minion-Planktons sind ja auch echt der Hammer, ey. Warte kaputt. Ja, geil. So, ein und jetzt nochmal schnell den letzten. Wir wollen uns ja ein bisschen hier beeilen und durchrushen. Perfekt. Das ist eine unglückliche Zwangslage. Aber zum Glück ist mein Griff fest und unerschütterlich. Boah. Hm. Alter. Der, 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 der schießt mich hier ab. Äh, der, 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 der macht da Löcher. Der, der haut da mit seiner Faust rein. Und jetzt? What the fuck? Knappe Kacke mal wieder. Und jetzt? Jetzt gewonnen? Bro, du wirst mich nicht verarschen. Noch mehr Häuser und noch mehr von den Mini-Minion-Planktönerns. Ja, der Plural von Plankton ist Planktöners. Okay, die Taktik, beide gleichzeitig kaputt zu machen, habe ich auch schon mal raus. Na, 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 na. Ja, komm, 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 komm. Beide ich. Euch mache ich auch noch eben schnell kaputt. So, jetzt aber. Komm schon. Perfekt. Bam. Und jetzt der letzte. Und. Na, komm, komm. Bevor die mich hauen. So, jetzt aber. Ja. So, und jetzt geschafft, endlich. Ist Plankton tot? Ja, komm. Ist das das Ende? Ja. Nein. Tada. Da. Was denn jetzt noch? Diese Meldung haben wir gerade hereinbekommen. Boah. Fett. Der heutige Seestern macht seinen letzten Angriff gegen die kolossale Machtes. Ja, das. Tut mir leid. Wir werden versuchen, mehr Rücksicht zu nehmen. Jetzt muss ich hier alle Knöpfe gleisseitig drücken, oder wie? Oh, geil. Schrumpfstrahler. Er verschwindet immer unter diesen Lupen. Das ist mächtig ärgerlich. Wenn du ihn geschnappt hast, dann lag ihn auf und schießt. Okay, da sind vier von diesen Löchern. Das heißt, ich muss ihn wahrscheinlich viermal rausholen. Ich ignoriere jetzt hier die Plankton Minions und rush hier einfach schnell durch und hole die alle. Ich hole die alle. Da. Was muss ich machen? Z drücken, oder was? Fuck. Das habe ich A gedrückt und irgendwie wieder eingefahren. Ich bin auch so ein Brain, ey. Da habe ich mir schon mal ein bisschen Zeit wieder verloren. Zeit verschwendet. Das wird auch immer, ne? Da. Jetzt aber. Einfach Z drücken. Alter, der sitzt mir auf dem Kopf. Hör auf, mir an den Kopf zu kacken, du kleiner Mini-Plankton. Ah, so ein Spack, ey. Yay. Scheiße. Yay. Und yay. Und jetzt? Und jetzt wo? Hier, okay. Z drücken. Los, komm. Perfekt. Und? Ah, mir ist schon wieder geduckt. So ein Arsch. Letzter. Lol. Knopf drücken, so. Lass mich durch. So. Lass mich, Arzt. Ich bin durch. Komm. Komm. Schön, dass die dann extra anhalten, wenn ich immer versuche, ihn abzuschießen. Ach, komm schon. Wie oft denn noch? Wie oft denn noch? Jetzt. Perfekt. In your face, oder? Geil. Geil. Geschrumpft. Das heißt, jetzt ist es beendet, oder wat? Uh. Ich hab beinahe mal eine Wii-Film gefahren lassen. Ja. Yay. Danke für den Versuch, Patrick, alter Freund. Aber anscheinend sind wir im Shangri-La gelandet. What the fuck? Ich bin nicht das Shangri-La, mein vorundurchsetzter Freund. What the fuck? Shangri-La? Nichtlichen Unterbewusstseins. Wat war dat jetz? Wat war dat jetz?